Kurz vor Pietro Lombardis Bielefeld-Konzert äußert sich seine Verlobte Laura Maria Röpper auf Instagram. Dort spricht sie über die momentan schwierigen Zeiten des Paares. In letzter Zeit ist unfassbar viel passiert, beginnt Laura Maria Röpper, die Verlobte von der SDS-Jurror Pietro Lombardi, ihre neueste Story auf Instagram. Punkt Dem Sänger wird häusliche Gewalt vorgeworfen, angeblich gab es bereits zwei Polizeieinsätze in seiner Kölner Villa, und Laura soll ein Krankenhaus aufgesucht haben. Punkt Obwohl Gerüchte über eine Trennung kursierten, widerlegte das Paar diese mit einem Kussfoto auf Social Media. Doch seit der Veröffentlichung der Gewaltvorwürfe herrscht Chaos im Leben der Familie. Laura Röpper, Privates möchten wir auch vorerst privat halten, zu den Dingen, die vorgefallen sein sollen dürfen und können sich Lombardi und Röpper aktuell nicht äußern, so die Influencerin auf Instagram. Punkt Privates möchten wir auch vorerst privat halten. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, diese Art von Dingen nicht in der Öffentlichkeit auszutragen, gibt Laura Maria Röpper zu. Punkt So haben beide auch dieses Mal kaum Details an die Öffentlichkeit gebracht, außer einem gemeinsamen Statement. Doch ein normales Leben sei seither nicht mehr möglich, wie die 28-Jährige weiter ausführt. Jeder weiß, wo wir wohnen, ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir in den letzten Wochen durchmachen müssen. Punkt Wir werden verfolgt, belästigt, jeder weiß, wo wir wohnen. Wir sind gezwungen, aus unserem Zuhause auszuziehen, weil wir auf Schritt und Tritt verfolgt werden, klagt Lombardis verlobte ihr Leid den Fans. Punkt Da sie von unserem Zuhause spricht, scheinen Röpper und der DSDS-Juror noch unter einem Dach zu leben. Punkt Weiter führt die Influencerin aus, ich weiß, wir sind Teil des öffentlichen Lebens. Punkt Und dass man uns sieht und die Presse auch da ist, ist normal. Aber sobald die Kinder und die Familie reingezogen werden, ist eine Grenze einfach erreicht worden, die nicht geht. Punkt Leano und Amelio seien nur bei den Eltern der jungen Mutter geschützt. Punkt Nicht mal mehr einen Spielplatz könne die junge Mutter mit ihren Kindern besuchen, ohne belästigt, verfolgt, fotografiert zu werden. Punkt Auch Lauras Eltern werden bereits mithin eingezogen, welche absolut nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Punkt Die gemeinsamen Kinder Leano und Amelio seien nur bei den Eltern der jungen Mutter geschützt, da diese nicht im medialen Fokus stehen würden. Punkt Pietro Lombardis verlobte Laura äußert zum Schluss noch einen Wunsch, ich möchte einfach wieder mit meinen Kindern auf einen Spielplatz gehen können, mich frei bewegen können. Punkt Auf ihrem Profil möchte sie ihre Follower auch langsam wieder an ihrem normalen Alltag teilhaben lassen. Zudem bestätigte Pietro Lombardis verlobte seinen Auftritt in Bielefeld, doch das Foto wirft Fragen auf. Punkt Auf geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020